Oh, eine Schafe. Fliegt gleich wieder da? Mhm. Oh, deine Zunge fliegt ja auf den Haufen. So. Oh, diese Arschis, die haben hier eine Bärenfalle hingestellt. Geil. Alter. Die Falten schon wieder hier in der Nähe. Da muss doch irgendwo ein Messer rumliegen. Ja, geil, ich habe ein Messer gefunden. Bin erlöst. Von meinem Leid. Wie genau siehst du eigentlich aus? Bauarbeiterhelm gelb und rosa Regenjacke. Okay. Okay, das mache ich mal komplett an und ist dann. Mhm. So, jetzt kann ich mir endlich mal einen Splint bauen. Also, ich hätte eine Waffe bei mir liegen. Jetzt muss ich bloß schauen, ob die geladen ist. War der Typ equipped bei dir? Mhm. Geil Spaß, dann laufe ich jetzt gleich los. Ey, Junge, mein Knochenbruch ist aufgeheilt. Perfekt. Jetzt ist er rüber. Ah, sorry, das Haus ist gelb. Ja, der ist schnell rüber. War da nur eins da jetzt? Ja, war nur eins da. Ah, okay. Reis. Ja, ich habe Reis gefunden. Ey, das sind voll viele noch, du Schmetzer. Zwei Stück noch. Clever. Ja, direkt da drüben hier, nebendran. Am, am, am Rand vom Zaun. Ich hole Feuer. Das Feuer und Holz. Oh, wieso rennt das jetzt weg, das dumme Vieh? Ich will nur eine Bärenfalle vor seiner Nase aufbauen. Ah, verdammt. Ah, ich komme jetzt erstmal zu dir, sonst sterbe ich noch. Ich muss jetzt erstmal Kälte und Hunger bekämpfen und danach können wir ja die restlichen beiden Viecher noch schnell holen. Ja. Ah, in welchem Haus bist du jetzt? Direkt neben dem... Double Red. Komm mal eben auf die Straße. Hier liegt ein... Ah, hier ist der Reis, ja? Ja, ich komme jetzt rein. Perfekt, danke. Okay. Da kommt ein Zombie übrigens nicht nochmal zu. So, dankeschön. Oh nein. Liegt das vor der Tür, da ist einer mit einer voller Auto. Das ist eine Sporter. Keine Angst. Lass ihn... Oh! Scheiß Zombies, Alter. Oh, bin ich gerade erschrocken. Ich platz hier hinten die Wehrenfalle und dann lass ihn reinkommen. Ach, scheiße. Michi... Ich glaube die Bärenfalle liegt jetzt unterm Parkett. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Ja, okay. Und... Ich muss nebenbei irgendwie... Ich muss mich aufwärmen, sonst sterbe ich. Schottlern, pass auf. Ach du Scheiße. Die sehen unser Feuer. Ich geh nach außen. Hast du SKS noch nicht für mich? Nein. Fuck, Alter. Okay, ich hab Bonuswärme. Ich helf dir jetzt. Ich komm mit. Ich hab einen Schaufel. Wo sind die? Gegenüber beim Gebäude. Mhm. Von uns. Oh, der hat richtig viele Zombies. Komm rein, ich bin drin. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn, Michi. Bitte die Türen zumachen. Türen zumachen. Jo, 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 jo. Komm bitte hoch. Na, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Hab ihn down. Wie ist die App? Es waren zwei. Da schlägt jemand mit Nachkampfwaffe. Ja, sind alle down. Alles gut. Ich hab ihn gefinished. Gut gemacht. Seid ihr nicht so sicher? Vielleicht ist hier irgendwo noch einer. Uh, ne Mosel. Kann gut sein. Einer schießt noch. Die waren richtig diggiert. Also der Typ hier hat auch richtig hart was. Musst du ja gleich unbedingt nehmen. Ey, jo, der hat ja ne Diegel. Schnell auf den Rücken oder in die Hand schnell. Komm, wir hauen die schnell ab jetzt. Die nehmen das Ding gleich ab dann. Wir haben eins, zwei Zombies hinter uns. Drei. Ich schmeiß die SKS jetzt weg. Ja. So, jetzt kann ich feuten. Okay. Ja, ich helfe dir. Okay, einer ist weg. Die Typen hatten so viel zu essen und trinken dabei. Krass, wa? Das war richtig geisteskrank. Ich hab noch nie so lange an einer Leiche gestanden. Bester Start. Ja, vor allem die hatten die Glimatnum, ne? Die hatten das geiste Zeug dabei. Wenn die noch Mosel Muni gehabt hätten. Dann wären wir full jetzt. Ja. Ich würd nur sagen, wir gucken mal so Richtung Osten jetzt ein bisschen, wa? Jo, machen wir. Ich würd sagen, checken wir mal hier den Compound noch hab. Den kenn ich noch gar nicht. Oh, yes. Muni. Da ist Mosel Muni. Splitted die mal für uns beide. Wer's findet, wer haltet's. Nein. Hier liegt am Boden. Alle 10 Schuss. Jetzt sind wir full. Wir élotted. Besser Start. Hm, bester Start seit lange. Der Bauernhof, der kann sich auch lohnen zum abchecken. Meine ich. Der Bauernhof, du musst dich. Ja, du hast doch diese ganzen Gerüste hier an der Seite dran. Ach da. Jo. Ich glaube, da ist ein Soundpack. Einfach sobald man hier steht an der Stelle, wird so ein Geräusch getriggert die ganze Zeit. Ja, so ein Windgeräusch. Ich mache hier nochmal ein Feuer jetzt, weil ich halt Hoffnung habe, dass ich den Frostbiss noch losbekomme vielleicht. Bauernhof, alles klar. Spieler hinter uns. Nein, nein, er ist friendly, Michi. Was machst du? Ist mir egal, der ist nicht friendly. Ey, yo, yo, yo. Ich glaube, der hat keine Waffe. Nein, der hat eine Waffe. Oh shit, ich bin hinter dir. Boah, ich bin dead. Ich habe ihn. Sehr gut. Boah, der war nicht, Benki. Ach du Scheiße. Du hast geschossen, ne? Fuck. Hat der viele Zombies angelockt? Ach du Scheiße, ich habe einen Cut. Ich habe so viele Zombies an mir. Nee, der ist nicht die Axt eingekriegt. Oh mein Gott. Aber ich glaube, der war friendly. Der hat gewohnt. Nein. War er nicht. Ganz sicher. Der Typ, der ist da langgeschlichen, mit rausgezogener Wache und hat da erst auf mich drauf geämmt. Oder als er gesehen hat, dass wir zwei sind, hat er seine Hand gehoben. Der wollte uns richtig hinterlissig beten. Ich beten. Ich beten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Typ schon tottod ist oder nur ein Cunch ist. Alter, ich musste erst mal 1000 Zombies weghauen. Er ist tottod. Oh, der hat einen Repeater gehabt. Kein Wunder, dass du so schnell down warst. Ja, ich habe einen Schuss nur gebraucht. Und schon war ich. Ja, ja. Der Repeater ist mächtig. Ich hätte lieber auf der Mosin bleiben sollen, anstatt auf der Pestel. Ja, die Markung ist nicht so stark. Ich habe den zigmal angeschossen und habe mir gedacht, wann fällt der endlich um? Naja, schade. Ähm, ich ziehe deine Leiche mal eben aus und verstecke deine... ...Waffen... ...wo anders. Du weißt ja ungefähr den Weg, ne? Ja. Also... ...viele Spawns sind direkt hier um die Ecke eigentlich. Wosch. Digga, können wir Gedanken machen. Gut, der hat sich offensichtlich sein Bein gebrochen, als er hier runtergefallen ist. Sieht man das da noch? Nee. Da gibt es aber so einen Bug, dass das so... ...dass das Bein so komisch zur Seite knickt. Weil der Typ wird auch bald wieder kommen, schätze ich mal. Hm, kann ich mir auch vorstellen. Oder vielleicht hat er noch Kollegen oder sogar, wer weiß. Oh, jetzt habe ich eine schöne Pose gefunden. Hm, 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 hm. Mann, ist das nervig. Er sieht so irgendwie seinen bis ans Ende folgen. Oh, da läuft schon einer. Da ist er wieder. Du bist nicht hier, oder? Nee. Ja, der hat die Hose. Scheiße, bleib bitte stehen. Oh. Der war sehr knapp, der Schuss. Sehr knapp daneben. Ultra knapp daneben. Stamina aufladen. Ja, der Typ war schon da, der hat die Map schon öfter gespielt, offensichtlich. Ja, ich bin auch bald, ja. Mhm. Nicht mehr lange. Also ich habe die Waffen gut versteckt, ne? Das ist halt der Vorteil noch. Aber ich denke mal, der wird so schnell nicht aufgeben, ne? Das ist ja auch wieder bewaffnet, ne? Ich glaube nicht. Der ist nur mit einer Feuerwehrhose in der Hand rumgelaufen. Auf dem Rücken habe ich jetzt nichts gesehen. Also der muss wahrscheinlich direkt über die Waffen drüber gerannt sein. So wie dieser ausgesehen hat. Jo, ich habe dich gesehen. Bin rechts von dir. Ja, komm hier gleich her. Jo. Guck hier am Boden, vor mir. Jo. Ich hau den weg. Achtung. Ist down. Ich bravte mich eben auf ne jute Beutel. Ja, wo macht das? Oh, ich bin down. Oh. Ist der Magazine empty, hm? Bist du komplett tot? Ja. Alter. Alter, nein. Zombies. Verpisst euch. Ah, sind das viele Zombies. Ja, Wahnsinn. Jetzt hat er dich schon wieder so schnell down gekriegt. Ich raste gleich aus hier. Schau, was sind die Bandagen hier? Vor allem, wo hat er jetzt die Pistole so schnell her, ne? Jetzt geht er gleich durch. Was war denn? Das ist ne Pistole? Der hat dieser Marker drauf gehabt. Lol. Der hat mir grad damit nen One-Shot gegeben. Willst du mich verarschen? Alter. Der ist ja aber... Hier hat er aber auch mega Loot. Ja, Vanilla-Nammer. Alles gesächt. Ich gucke mal, wie ist das stimmt. Oh, jetzt hänge ich hier fest und kann meine Waffe nicht drücken. Das ist so lachhaft. Ich hasse dieses Game. Jetzt habe ich Rot-Leben. Ich kann den Typen nicht looten. Mann, Alter, nicht ich sag's dir. Jetzt kann ich mich mit den Zombies nicht anlegen, mit Rot-Leben. Und da unten liegt das Zeug. Oh, da ist er schon wieder. Jetzt habe ich ihn grad gesehen und... Mann. Er hat schon wieder eine Waffe auf dem Rücken. So, er fightet gegen die Zombies. Einer flickert zu mir hoch. Jetzt hat er ein Zombie-Problem. Er ist direkt unter mir. Ah ja, hier. Ist da unten. Nein. Mhm, ist da unten. Direkt zum Server-Deutschstart. Boah. Ich will jetzt einfach nur noch den Hafen erforschen im, im, ganz weit im Osten. Ja, Mann. Den habe ich noch nicht so oft gesehen, den Ort. Hey, ist die Leiche jetzt weg, oder was? Ich will den Restart-Safe. Oh, lol. Ich hoffe mal, der Typ ist jetzt nicht wieder am Leben, wegen dem Restart. Ich glaube nicht, dass sowas geht, aber... Der sieht heute alles zu. Als der Schuss gar nicht registriert wurde, was ist das gesaved? Und deswegen... Ach, du Kacke. Alter. Jetzt, mich noch mal von vorne den Satz, bitte. Ja, du könntest recht haben, als der Schuss nicht registriert wurde, weil der... Das war ja wirklich direkt beim Server-Restart. Vielleicht lebt der Typ wieder. Pass auf, eventuell lockt er sich da gleich wieder ein. Ne, gut, das glaube ich jetzt weniger, weil... Okay, doch, das ist ein Argument. Because it's Daisy, ja. Das ist die Erklärung für alles, weil es Daisy ist. Guck, ich habe gerade schon jemanden husten gehört. Alter. Geh mir bloß weg jetzt. Geh bald, doch. Ich habe ihm einen Maus in Schuss gegeben und dann lag er regungslos am Boden. Dann habe ich noch mal drauf geschossen und als ich noch mal drauf geschossen hatte, zur Sicherheit, ist der Server neu gestartet, dann so zwei Sekunden später. Also der muss safe tot sein eigentlich. Ich glaube mir, der Rest ist dies geworden. Hör, hör, der ist da oben. Der ist da oben. No way. Auf der ersten Etage. Nicht die Leiter hoch. Der ist da oben. Der gleiche Kerl. Bist du schon wieder tot? Ja. Der ist schon wieder gewonnen. Ich bin nur die Leiter hoch. Der ist da oben am Campen. Ich habe mehr als... Dude, was? Mann, jetzt sind die ganzen Zombies an mir dran. Fankt nicht durch. Lass mal bitte den Ort wechseln. Ich habe da kein... Digga, lass einfach weggehen von hier. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, ne Scheiß. Ja, scheiß doch mal da drauf. Wir holen uns neues Equip. Das bringt eh nichts mehr. Der Typ, der... Der hat es jetzt ver... Das ist die reinste Meme dieses Session heute. Ja, der Hallo. Der hatte den wasserdichten Rucksack, den orangischen, gehabt, ne? Der Dude. Ja. Ja, er ist es nämlich Fahrer. Ich schicke dir gerne die Aufnahme, wenn du mir nicht glaubst. Er war es. Ja, speichert das mal. Das will ich gespeichert sehen. Dude, du kannst mir doch nicht erzählen, dass man... Dass man nach einem Server-Neustart wieder lebt, nachdem man erschossen wurde. Das kann mir doch keiner erzählen. Du hast ja gesagt, du hast zwei Schüsse abgegeben, ne? Ich habe aber nur einen Schuss gehört. Ich habe einen Schuss in den Rücken gejagt und den zweiten nochmal zur Sicherheit. Und dann kam der Neustart. Bei mir kam nur noch einen Schuss an. In Dayshide. Er ist da. Er ist da. Warte, ich rück den jetzt nicht. Ich gehe jetzt. Ja, vor allem, woher wissen die, dass ich hier bin? Ja, okay, gut, wegen der Zombies. Das ist ja klar. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Wieso kehrt er immer die ganze Zeit dich und ich dann nie? Warum? Der ist der Kreislauf, der ist der, der ist ihn. Das ist die Daisy-Event-Niss. Ich bin für den Rest meines Lebens verdammt, dass ich jetzt hier... Dass ich jetzt hier... Okay, einer. So, wo ist der Kerl jetzt? Unser Don't Shoot Guy. Hier. Natürlich schon wieder mit der, mit der BK 43 schon wieder am Start. Da brennt ein Feuer beim Bauernhof. Ja, das bin ich. So, Michi, ich habe jetzt noch zwei Waffen mit jeweils einer Patrone geladen. Eine davon kriegst du jetzt. Beste Voraussetzung. Und dann, falls wir den Typen sehen sollten, müssen wir halt die restlichen, den restlichen Schaden mit Markkampfwaffen machen, falls wir dich treffen. Ich will den, ich will den Typen nicht mehr sehen. Ich habe abgeschlossen mit ihm. Ich habe abgeschlossen mit ihm. Er ist schon völlig verstört. Und du sagst ja auch noch, warte, der ist friendly. Ja, hast du jetzt wirklich gar nichts aufgenommen? Nein, bei Shadowplay läuft er nicht mit. Ich habe den Kleiber neu installiert. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, Pappel. Hier. Wie lange geht denn das Feuer noch? Das ist ja schon aus. Ja. Alter. Ich haue die Zombies mit. Nimm mal das Messer hier, dass du Lackenfachen hast. Ich habe rot und blinkendes Leben. Ja, du stürzt gleich. Nicht gut. Ich sterbe nicht. Wir schaffen das. Jetzt ist meinem Charakter auf einmal wieder kalt. What the fuck? Hast du gerade in die Fackel geworfen? Ja. Alter, drei Stöcke. Ernsthaft? Lass mich das schnell reinlegen, bitte. Ah, warte, ich komme hin. Okay. Ja, hast du schon angezündet? Ja, klar. Okay, gut. Alter, lass jetzt hier das Plus-Symbol holen. Äh. Und dann weg hier. Mich macht dieser Ort hier verrückt. Ich sag's dir, gleich kommt der Typ hier wieder reingelaufen. Der ist schon ganz laut. Der ist schon ganz laut. Erwähne es nicht. Die hat. Getradet. Wir haben getradet. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernstmann. Ich habe dir den übelsten Headshot gegeben. Wir haben getradet. Purple Bag. Hast du das nur mit dem BK18 gemacht oder wie? Ja. Dude, was ist mit dir in der Maschine? Dude, was ist das für eine? Hat der ein Orange Backpack gehabt? Ja. Nein. Doch, ich schwör auf alle. Nein, was ist das? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Aber ich hab ihn jetzt auch mal gekillt, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Das ist die dümmste DayZ Session, die wir jemals hatten, Mann. Es gab noch nie einen schlimmeren Tag. Egal. Der Team, der kommt immer wieder. Jedes Mal, wenn ich einen orangenen Rucksack sehe, ein Wasser liegt, dann bin ich wieder Kinesi vorbei. Aber schön, dass ihr getradet habt. Jetzt kann ich hinlaufen und das Loot holen. Wenn er nicht er da ist. Ich hoffe, es fühlt sich gut an, Michi, dass du ihn auch mal weggeholt hast. Ja, Mann. Absolute Genugtuung. Safe ist der Typ schon hinter mir irgendwo, garantiert. Ich bin schon ganz panisch hier, hm? Er ist überall. Er hat direkt wieder seinen Rucksackern. Er ist überall! Ich bin drinnen geblieben und er ist direkt außen. Er hat Schuss gehört. Ja, jetzt hat er Waffe gekickt. Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn ausgelockt. Das ist der orangenen Backpack-Boy! Nein! Ja, er ist tot. Ich hab ihn. Michi, behal' dich! Bitte komm schon! Ich bin da! Ach, wenn ich komme! Ach, wenn ich komme! Warum hat der Typ so ne... Ruhe, ruhe, ruhe! Ich schrie dir bei mir. Ich schrie dir bei mir. Ist das ein Zombie anscheinend bloß? Alter, ich... ich schmeiß die ganzen Waffen jetzt irgendwo hin. Alter, Orange-Backpack-Boy, der Typ, der war voll ganz wiss'n alle Ewigkeiten jetzt. Wir zocken morgen, Daisy. Er steht direkt wieder da vor uns. Da ist draußen einer. Der aimt da rein. Echt jetzt? Von wo? Von wo? Rechts, links? Links. Richtung Feld. Richtung Feld. Der Sound steht da links. Ich seh keinen. Er hat Position gewechselt. Ich bin draußen jetzt da. Links vom Haus. Ich weiß... ich weiß nicht mehr, wo eine ist. Ich weiß nicht mehr, wo eine ist. Ich weiß nicht mehr, wo eine ist. Was hat er für eine Waffe gehabt? Eine Waffe auf jeden Fall. Eine Pistole. War eine Pistole? Eine Pistole, welche genau. Ja, Pistole, welche weiß ich nicht genau. Wie weit bist du weg? Ich bin jetzt am Haus direkt. Okay, schnapp dir... Bist du das hier, der Blaue? Ja, ja, ja. Geh rein, nimm dir alles an Waffen. Mach dich warm, nimm die Waffen. Gott, wir sind hier. Ich seh ihn da, wie hier liegt! Scheiße, Mann. Ich bin tot. Bitte, die Diegel ist geladen. Ja. Der looted mich wahrscheinlich gleich. Hab ihn down. Du bist eine Legende, Michi. Du bist einfach eine Legende. Noch einer. Hier ist noch einer. Ich hab aber keine Muni mehr. Gib mir eine Waffe, der Max down. Mein Revolver. Dein Revolver. Gut. Mission Revolver. Ja. Vor der Tür. Am Zaun. Am rechten Zaun. An der Kante. Vom Zaun rechts. Zaun rechts. Ja. Revolver. Ja. Hier. Hinten am Zaun ist er dran. Irgendwo. Sorry, mein Fehler. Hier. Hier hinter. Ja. Hier liegt er. Uh. Oh, Mosin und so weiter. Geil. Gönn dir mal. Ich bewaffe. Der hat aber nicht viel gehabt. Digga, der hat Mosin. Ja, ohne Muni. Komm. Dann war der Gili da schon dran. Ja. Ich loote dir mal die anderen Sachen schnell. Bist du bereit, jetzt weg zu rennen? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das ist ein Fahrpawn von hier. Jetzt müssen wir noch schnell reinschauen. Weg, 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 weg. Da ist ein kleiner Baum. Boah, gut gegangen. Ne? So. Am Anfang vom Stream so. Hab ich noch so gesagt so. Ah, mit Michi immer wieder gechillt. So weit. So. Voll Bock irgendwie. Und die letzten Tage dachte ich mir auch schon immer so, Mensch, wäre mal wieder cool, wenn wir mal nicht so harte PvP-Streams machen, lieber chillig so rumlaufen, so weiden, erkunden, mache auch Bock, ruhig und angenehm. Gott, Alter, jetzt haben wir die schlimmste Session aller Zeiten hinter uns. Aber ich bin wieder glücklich, nachdem ich den Typen eiskalt erledigt hatte, als wir getradet haben und mit dem Typen mit dem Diesel gerade noch weggeholt bin, jetzt bin ich wieder zufrieden. Wie der Orange Blackpack Guy halt noch auf mich gezielt hat und die Waffe schon leer war und er nur so klick, 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 klick. Ich futter mich nur eben jetzt hier voll, damit ich richtig schön Leben regeneriere. Ich bin schon wieder gelb, immerhin. Ja, komm, lass mal ein bisschen stück weiterlaufen, ne? Der Tanker ist jetzt auch schon geheilt, perfekt. Ja, wir können uns ja hier in dem Haus auslaufen. Ja. Das nächste Mal. Ich quetsche mir das hier in den Raum rein, ne? Ich sperre es aber extra zu, damit der Orange Blackpack Guy auch garantiert nichts. Er holt uns. Dass man es kriegen kann. Holy shit, was ne Session. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020